Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Amazon Fire TV oder andere Geräte mit HDMI-Anschluss an einen alten Röhrenfernseher anschließen könnt. Es ist für manche auch im Jahr 2016 nach wie vor ein Problem. Man hat irgendwo noch einen Röhrenfernseher rumstehen, an dem man zum Beispiel seine aktuelle Lieblingsserien streamen möchte. Und nur deswegen will man sich nicht gleich einen neuen Fernseher kaufen. Oft reicht auch die PAL-Auflösung heute noch aus, um die Handlung verfolgen zu können und alles Wichtige zu erkennen. Wer braucht denn schon HD? Ich persönlich hatte das Problem bisher über ein Raspberry Pi mit analogen Anschlüssen gelöst. Allerdings gibt es damit zum Beispiel kein Streaming über Netflix oder Amazon Instant Video. Die Geräte mit analogen Anschlüssen werden auch immer seltener, eine zukunftssichere Lösung muss also her. Für unter 20 Euro habe ich mir diesen HDMI zu Cinch-Adapter bei Amazon gekauft. Dazu den neuen Fire TV. Der Adapter hat drei Cinch-Anschlüsse für Ton und Bild sowie HDMI. An der Seite befindet sich ein Umschalter für PAL und NTSC. Außerdem eine USB-Buchse, falls der Strom, der über HDMI kommt, nicht ausreichen sollte. MacBooks halten sich beispielsweise exakt an die Spezifikation und liefern damit zu wenig Strom für den Adapter. Nicht so der Fire TV. Da funktioniert es auch so. Der Anschluss ist schnell erledigt. Cinch- und HDMI-Kabel angeschlossen und den Schalter auf PAL umgestellt. Ich habe im Fernseher die vorderen Anschlüsse benutzt, man kann aber über einen weiteren Adapter oder ein entsprechendes Kabel auch den SCART-Anschluss nutzen. Der Fire TV funktioniert tatsächlich am Röhrenfernseher. Ich hatte ja die Befürchtung, dass es durch Kopierschutz oder ähnliches hier Probleme gibt, aber auch das Streaming von Instant Video klappt. Für die richtige Darstellung sollte man am Fernseher noch 16 zu 9 als Bildverhältnis einstellen. Als Auflösung fand ich 1080p oder 720p mit 50 Hz am besten. Mit der Kalibrierung sollte man noch versuchen, so gut es geht, den gesamten Inhalt auf dem Bildschirm zu bekommen. Leider kann man das Bild nur in der Größe anpassen und nicht verschieben. So, das war's. Dem digitalen Filmabend am Röhrenfernseher steht also nichts mehr im Wege. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, einfach in die Kommentare damit. Abonniert auch gerne den Kanal für weitere Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zu den technischen Daten. Wie schon gesagt, hat der Fernseher eine Bildschirmdiagonale von 32 Zoll bzw. 80 cm. Er ist lediglich HD-Ready, hat also eine Auflösung von 1366 x 768 Pixeln. Dabei ist der Intuner für...